Das Merkzeichen H steht für hilflos. Die Person, die das im Schwerbehindertenausweis eingetragen hat, benötigt also fortlaufend Unterstützung, zum Beispiel beim An- und Ausziehen, bei der Nahrungsaufnahme oder auch einfach im Alltag, wenn man unterwegs ist. Aus unserer Sozialberatung habe ich aber jetzt erfahren, dass es häufig Schwierigkeiten mit diesem Merkzeichen H gibt, wenn man 18 Jahre alt wird. Und was genau da dahinter steckt, das erfährst du in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen beim SoVD Schleswig-Holstein. Ich bin Christian Schulz. Heute machen wir mal ein ganz spezielles Thema. Es geht nämlich um das Merkzeichen H im Schwerbehindertenausweis. Und um die Probleme, die wir heute haben, zu verstehen, müssen wir einmal einen Blick zurück in die Vergangenheit werfen. Vielleicht erinnerst du dich, bis Ende 2016 gab es in der Pflegeversicherung die Pflegestufen. Und hier wurde das so eingenordnet, je nachdem wie viele Minuten du für bestimmte Tätigkeiten an Unterstützungsbedarf hattest. Also zum Beispiel beim An- und Ausziehen wieder, beim aus der Wohnung herauskommen, Nahrungsaufnahme, Toilettengang, was da alles dazugehörte, je nachdem wie viele Minuten man benötigt hat an Unterstützung, so wurde dann auch die Pflegestufe eingeschaltet. In dem Zusammenhang hat man auch häufig von der Minutenpflege gesprochen. Und dieses System ist auch wichtig gewesen für die Anerkennung des Merkzeichens H für hilflos. Wenn man nämlich pro Tag mindestens zwei Stunden Unterstützungsbedarf im Rahmen der Pflegeversicherung hatte, dann gab es dieses Merkzeichen H quasi als Automatismus. Zwischen ein und zwei Stunden war es immer so ein bisschen umstritten. Da kam es auf den Einzelfall an und wer unter einer Stunde an Hilfebedarf hatte, der hat das Merkzeichen H normalerweise nicht bekommen. Also ganz klare Rahmenbedingungen gut und einfach nachzuvollziehen. Im Jahr 2017 erfolgte dann aber die Umstellung von den Pflegestufen auf die Pflege gerade. Und da gibt es jetzt auch nichts mehr mit Minutenpflege zu beurteilen. Und diese Umstellung hat jetzt auch Auswirkungen auf unser Merkzeichen H im Schwerbehindertenausweis gehabt. Denn uns fehlt jetzt natürlich dieses alte Einschätzungsmuster von der Zeit, die man benötigt im Rahmen der Pflegeversicherung, also zwei Stunden oder unter einer Stunde. Und eigentlich sollte das trotzdem kein großes Problem sein, wenn es jetzt um den Schwerbehindertenausweis geht und auch die Zuerkennung eines Merkzeichens. Denn wenn du unseren Kanal schon länger verfolgst, dann weißt du, dass das eigentlich ganz normal ist, dass man den Grad der Behinderung, den GdB und auch die Merkzeichen anhand der Arztberichte beurteilen muss. Also die Jungs und Mädels im Landesamt für soziale Dienste gucken sich an, was die Ärzte, deine Ärzte, Fachärzte, Hausärzte geschrieben haben. Und auf dieser Basis beurteilt man dann, welchen Grad der Behinderung du bekommst und möglicherweise auch, welches Merkzeichen es dazu gibt. Das sollte auch eigentlich beim Merkzeichen H so laufen. In der Praxis habe ich von Kollegen aus unserer Sozialberatung erfahren, hakt das aber leider immer wieder. Und zwar erleben wir es da häufig, dass mit dem 18. Geburtstag, wir haben ja auch viele Menschen mit einer Behinderung oder Pflegebedürftigkeit, die jünger sind. Und wenn die 18 werden, erleben wir es häufig, dass dann das Landesamt für soziale Dienste sozusagen automatisch dieses Merkzeichen H aberkennt. Und das ist natürlich nicht korrekt. Nur wenn es eine wesentliche Verbesserung im Gesundheitszustand gegeben hat, vom 17. auf das 18. Lebensjahr, dann wäre das natürlich auch korrekt. Aber da muss man sich genau angucken, was die Ärzte geschrieben haben. Und wenn du jetzt also 18 wirst oder jemand aus deiner Familie 18 wird, der das Merkzeichen H hatte, und jetzt soll das aberkannt werden, dann ist zumindest Vorsicht geboten. Lieber mal einen Widerspruch einreichen und jemanden drauf gucken lassen, der sich damit auskennt. Zum Beispiel meine Kollegen beim SoVD. Ganz allgemeine Tipps zum Antrag beim Schwerbehindertenausweis und vor allem, welche Fehler du dabei tunlichst vermeiden solltest, das habe ich in diesem Video erklärt. Für heute war es das. Ich hoffe, dir hat es gefallen, du hast einiges mitnehmen können und ich sage tschau und bis bald.